Ja, dann wollen wir rausgehen? Keine Emo. Oder oder? Haha, kann man ja gar nicht. Ja, dann können wir die Emo spammen. Haha, scheiße, da fahrne ich nachgesucht dran. PG. Schon ein Problem gehabt. Na komm, willst du auf die Presse her? Komm her! Gar kein Problem. Von hier los! 1 und 2 Stück drin, bis jetzt. Ich hab das drauf. Ja, 7. Ja, genau. Tomello. Zack, knockout! Wundervoll.